abgehoben abgehoben sein jugend spr erste hast du den dietrich mal wieder gesehen ja aber seit der philosophie studiert ist er völlig abgehoben mit dem kann man nicht mehr normal reden 2 punkt 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 komm lass den typen doch in ruhe du siehst doch dass der unter drogen steht der weiß doch gar nicht was er tut der ist völlig abgehoben abgekartet abgekartet sein mst dass die sache ist punkt ein abgekartetes spiel sein abgemeldet bei jm abgemeldet sein ugs bei jm ausgeschissen haben abgenervt völlig abgenervt sein von jm etw ugs niol erste meinst du ich könnte den peter mal fragen ob er mir seinen wagen leid besser nicht der peter ist völlig abgenervt diese woche ist nicht ein tag vergangen an dem nicht jemand gekommen ist und ihn gefragt hat kannst du mir dieses kannst du mir jenes leihen 2 punkt 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 hoffentlich ist diese vorlesung bald rum ich bin von diesem ganzen theorie geschwätz völlig abgenervt abgerissen völlig abgerissen aussehen herumlaufen daher kommen der jub läuft immer total abgerissen durch die gegend der ist angezogen wie der letzte landstreicher aus einer reportage über einen langstreckenlauf vorne die beiden favoriten des rennens martin hegele und bernd rose dahinter das mittelfeld sehr groß diesmal und dann weit abgeschlagen vier läufer für die das vorgelegte tempo offensichtlich zu schnell ist 50 60 meter hinter dem mittelfeld gert reichmann abgeschrieben abgeschrieben sein ugs punkt 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 nein in dieser firma kann der hartmann keine karriere mehr machen seit dem fiasko mit dem brasilien geschäft ist er da abgeschrieben auf den setzt da kein mensch mehr abgesehen es abgesehen haben auf jm etw erste was rennt in der karl heinz wie wilder quer über das feld ist er hinter einem tier her nein er hat es auf die pflaumen dort drüben abgesehen wenn der reife pflaumen sieht vergisst er seine ganze erziehung und jede angst beim klauen erwischt zu werden er kennt dann nur noch eins rauf auf den baum zweite hat er es auf eine gehaltserhöhung abgesehen oder warum geht er zum abteilungsleiter nein um eine gehaltserhöhung geht es ihm nicht er will dass man seine arbeit anerkennt und ihm mehr vollmachten gibt drei hast du schon gemerkt der paul hat es auf die petra abgesehen andauernd flirtet er mit ihr herum ich bin gespannt ob er bei ihr etwas erreicht 4 papa du musst mal mit studienrat schranz sprechen warum der hat es auf mich abgesehen dauernd ruft er mich auf bei den schwersten stellen muss sich übersetzen wenn die klasse nicht vorbereitet ist hält er mir eine standpauke seit zwei monaten hat er mich richtig auf dem zug 5 pass auf peter der hat es auf dich abgesehen er hat dir jetzt zum dritten mal eine türkische frage gestellt und scheint nur darauf zu warten dass du dir eine blöße gibst um dir einen prozess anzuhängen pass auf was du sagst der will dich in die pfanne hauen abgetan mit etw ist etw noch nicht abgetan punkt 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 aber wenn der junge sich entschuldigt hat ist die sache doch erledigt ach du meinst der fährt mir den halben wagen kaputt und das wäre dann mit einer entschuldigung abgetan du bist wirklich herrlich petra abgewinnen er es nichts wenig abgewinnen können er es keinen geschmack abgewinnen können abgewirtschaftet abgewirtschaftet haben punkt 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 ach diese sozialistischen staaten haben doch alle abgewirtschaftet schimpfte er nach unseren maßstäben hier sind die alle bankrott abgewöhnen zum abgewöhnen schlecht sein ugs punkt 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 dieser wein ist zum abgewöhnen der ist so sauer dass ich ihn kaum runterkriege noch einen zum abgewöhnen trinken ugs ein noch einen zum abgewöhnen herbert ich habe eigentlich genug getrunken heute aber meinetwegen ein bier nehmen ich noch aber es ist wirklich das letzte abgerufen so richtig abgerufen jugend spr selten so richtig einen abrocken abhaben ganz schön einen abhaben ugs selten ganz schön einen in der krone haben etw jn nicht abhaben können ugs nie hol eins ich kann es absolut nicht abhaben wenn ich jemandem etwas leie und dann meinen sachen hinterherlaufen muss zwei den frankfischer kann ich echt nicht abhaben wenn ich den schmierigen typ nur sehe kommt mir schon die galle hoch abhaken dass die angelegenheit kannst du kann er abhaken ugs eher dass die angelegenheit kannst du kann er vergessen abhanden jm abhanden kommen jm abhanden kommen abhilfe abhilfe schaffen form das wasser reicht einfach nicht zu einer regelmäßigen bewässerung der felder wenn wir da nicht bald vernünftige abhilfe schaffen werden wir niemals vernünftige ernten haben und wie sollen wir den wassermangel beheben abhilfe 6 in abrechnung kommen vom handel selten abschied für abhilfe sorgen form abhilfe schaffen abrotten so richtig anständig einen abrotten gehen ugs jugend spr heute abend muss ich mal wieder einen abrotten gehen ich hab so richtig bock mal wieder tanzen zu gehen abkauen jm einen abkauen wult am liebsten hatte er es wenn sie ihn fellationierte was soll das denn bedeuten tu nicht so naiv mensch oder muss ich dir auf die sprünge helfen er verspürte die größte lust wenn sie ihm einen abkaute was ja abklappern die ganze stadt nach etw jm abklappern ablaufen ugs das halbe dorf haben wir nach ihm abgeklappert er ist nicht zu finden abkönnen jn etw gut schlecht überhaupt nicht abkönnen ugs niol etw jn nicht abhaben können abkupfern etw von jm abkupfern ugs niol der lehrer es tut mir leid aber ich muss ihnen eine fünf auf ihre facharbeit geben ich kann da keine eigenleistung erkennen sie haben doch fast alles aus der sekundär literatur abgekupfert ablästern über jn etw ablästern ugs punkt 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 na seid ihr hinter meinem rücken wieder dabei über mich abzulästern klar du weißt doch ohne ein bisschen klatsch und tratsch ist es langweilig ablaufen jn ablaufen lassen ugs selten punkt 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 der hubert will sich beim chef beschweren das soll er mal machen er wird schon sehen wie der ihn ablaufen lässt ganz kühl wird er ihm sagen wenden sie sich in der sache an herrn schröder und schon ist der hubert wieder bei mir ablinken jn ablinken ugs niol jn reinlegen ablutschen jm einen ablutschen vulk jm einen abkauen abmachung eine abmachung treffen mit jm punkt 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 aufgrund der abmachung die wir getroffen haben zahlt paul die hälfte und ich die hälfte na gut wenn ihr das so vereinbart habt abmurksen jn abmurksen cell jn kalt machen abonnement eine zeitung im abonnement beziehen form erste liest du eigentlich auch die süddeutsche zeitung oder nur das lokalblatt von reutlingen ich lese regelmäßig die süddeutsche ich beziehe sie im abonnement sie liegt jeden morgen auf dem frühstückstisch zweite vergleiche häufiger abonniert haben abonniert eine zeitung abonniert haben punkt 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 wenn du die frankfurter allgemeine abonniert hast brauchst du doch nicht noch weitere tageszeitungen zu kaufen ich lese gern verschiedene zeitungen täglich ja abquetschen sich ein paar tränen abquetschen ugs meine liebe christel du kannst dir so viele tränen abquetschen wie du willst du gehst heute abend nicht mit dem friedel ins kino und wenn du hier herumflänzt wie ein schlosshund du bleibst heute zu hause abrahams hier bei wie in abrahams schuss sein ugs selten punkt 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 hier bist du sicher hier kann dir nichts passieren hier sitzt du wie in abrahams schoss noch in abrahams wurstkessel sein ugs selten in der tat das war eine schwierige zeit damals nach dem krieg vor der vater fort man hatte kaum etwas zu essen ach papa so schlimm war das doch auch wieder nicht unterbrach ihn philipp ihr seid doch nicht verhungert was erzählst du da du knirps du warst doch damals noch in abrahams wurstkessel wie kannst du denn beurteilen wie schwer die zeiten vor deiner geburt waren abrechnung etw in abrechnung bringen vom handel selten punkt 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 wenn sie ein neues gerät kaufen werden wir den zeitwert ihres alten geräts in abrechnung bringen konkret bedeutet dass sie bekommen das gerät für 3500 statt für 4300 euro punkt 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 kommt denn wenigstens der zeitwert des alten geräts in abrechnung wenn ich bei ihnen jetzt einen neuen fernseher kaufe die hälfte könnten wir ihnen abziehen herr klose abrede etw in abrede stellen form gibt dein bruder denn nicht zu dass er meinen wagen kaputt gemacht hat er stellt sogar in abrede dass er überhaupt damit gefahren ist abreibung jm eine abreibung geben verpassen ugs jm den buckel voll hauen voll schlagen eine abreibung kriegen bekommen ugs den buckel voll kriegen ab rocken so richtig anständig einen ab rocken gehen zelljugend spr geht ihr heute abend mit in die disco ich hab so richtig lust mal wieder anständig einen abzurocken anja da komm ich mit heute wird getanzt dass die fetzen fliegen abruf chef leiter kanzler auf abruf sein wer leitet denn eure abteilung zur zeit immer noch herr kaufmann aber er ist direktor auf abruf weißt du wieso der nachfolger ist schon ernannt er macht das nur noch bis zum ende des monats auf abruf bereitstehen sich zur verfügung halten etw auf abruf kaufen form punkt 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 was stellen diese leute sich eigentlich vor hier steht alles menschen wie dinge auf abruf bereit sie brauchen nur anzurufen dann springen wir schon und sie selbst zahlen mit monaten verspätung absahnen anständig absahnen ugs mit dem auftrag von vw die formteile für den gelader zu gießen hat der willi ganz gut abgesahnt da sind für ihn mindestens drei millionen unterm strich hängen geblieben absatz einen reißenden guten schlechten blendenden absatz haben finden kaufmanns spr verkauft ihr eure neuen messgeräte gut gut ist gar kein ausdruck sie haben geradezu reißenden absatz schon in der ersten woche haben wir nicht weniger als 35.000 von den dingern verkauft auf dem absatz kehrt machen sich auf dem absatz umdrehen und wieder weggehen ugs punkt 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 nicht eine einzige minute hat er sich da aufgehalten er kam an stellte fest dass man über seinen besuch nicht gerade begeistert war drehte sich auf dem absatz um und und wieder ab sich die absätze nach etw ablaufen abrennen schief laufen er sich die hacken nach etw ablaufen abrennen wund laufen abschalten mal so richtig abschalten können eins ich freue mich schon riesig auf meinen urlaub in der karibik den ganzen tag nur sonne meer strand weit weg von dem grauen alltag und der firma da kann ich dann endlich mal so richtig abschalten 2 punkt 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 jetzt hör mir doch endlich mal zu gert es reicht mir langsam jedes mal wenn ich mit dir über meine probleme reden will schaltest du ab meine sorgen interessieren dich offensichtlich gar nicht ugs abschaum zum abschaum der menschheit gehören peff veraltend selten diese man sollte sie alle dahin zurückjagen wo sie hergekommen sind die gehören doch zum abschaum der menschheit die sind faul wie mist dreckig stehlen wie die raben du hast ja eine feine vorstellung von diesen leuten kennst du denn wenigstens einen einzigen von ihnen persönlich um dich in so einem ton über einen ganzen volksschlag auszulassen abschied seinen abschied einreichen form punkt 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 general krings höre ich hat seinen abschied eingereicht ja er ist mit der neuen verteidigungspolitik nicht einverstanden wird der minister den abschied annehmen keine ahnung abschied 7 jn etw zum abschuss freigeben zell absitzen abschied nehmen von jm etw 1 nun gilt's abschied zu nehmen bis zum nächsten sommer kinder sagt oma und opa auf wiedersehen bis zum nächsten mal 2 von dem gedanken dass systeme die menschen glücklich machen müssen wir abschied nehmen wenn wir wirklich fortschritte machen wollen in der gestaltung der gesellschaft erklärte er von sol chen vorstellungen sie sind vielen nur allzu lieb geworden müssen wir uns ein für allemal trennen seinen abschied nehmen form was der general hat seinen abschied genommen warum das denn er hat in einem zeitungsinterview eine kritik an der letzten entscheidung des verteidigungsministers anklingen lassen und da die beziehungen zwischen dem minister und ihm ohnehin nicht zum besten standen wurde er vor die alternative gestellt das interview zu widerrufen oder seinen hut zu nehmen da hat er sich dann für das letzte entschieden auf französisch abschied nehmen ein selten sich auf französisch englisch verabschieden abschießen zum abschießen sein zell punkt 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 so ein unsympathisches geschöpf wie diese frau börner hab ich selten gesehen zum abschießen dieses weibs bild zum abschießen aussehen sein zelleien selten wie ein hampelmann aussehen daher gehen 1 abschlag etw auf abschlag kaufen vom selten etw auf raten kaufen abschleppen jn abschleppen ugs mit jm abziehen abschluss etw zum zu einem abschluss bringen form 1 wenn du die arbeit jetzt nicht zum abschluss bringst wird sie nie mehr fertig denn im nächsten jahr hast du dafür keine zeit mehr also halt dich jetzt dabei dass du in aller kürze fertig bist zweite was man anfängt sollte man auch zum abschluss bringen zum abschluss kommen gelangen form sind die verhandlungen endlich zum abschluss gekommen sie wurden gestern beendet abschminken dass die hoffnung kann ich mir kann der peter sich abschminken die karin und dir helfen das kannst du dir abschminken du hilfst auch niemandem abschneiden gut schlecht günstig abschneiden bei einem examen nun petra hast du bei der aufnahmeprüfung zur musikhochschule gut oder schlecht abgeschnitten es geht bei den stücken die ich vorbereitet hatte bin ich im verhältnis zu den anderen gut weggekommen aber als ich vom blatt spielte flüsterte einer der prüfer seinem nachbarn gut hörbar zu das sei wohl nicht gerade meine stärke abschreiben jn etw abschreiben können ugs erste jetzt fehlt der klaus doch schon wieder will er bei den proben zu unserem theaterstück nicht mehr mitmachen ich glaube den können wir abschreiben vor ein paar tagen hat er dem dieter erzählt die proben machen ihm keinen spaß mehr auf den können wir wohl nicht mehr zählen zweite deine monatliche unterstützung durch onkel martin kannst du abschreiben er hat mir gesagt er hätte den eindruck inzwischen lebtest du besser als er der zahlt dir nichts mehr den wechsel kannst du also in den mond schreiben abschuss das etw ist der abschuss cell eins das konzert gestern abend war echt der abschuss so eine miserable musik habe ich schon lange nicht mehr gehört zweite gestern abend ist der petermal wieder zu seiner vollsten form aufgelaufen er hat wirklich einen witz nach dem anderen erzählt das war echt der abschuss 3 die klausur war ja wohl der abschuss es kam nichts aber auch gar nichts von dem dran was ich vorbereitet hatte das ging voll in die hose absolut den abschuss bringen cell nie holt die johanna hat absolut den abschuss gebracht sie hat die properdeutig klausur ohne vorbereitung auf anhieb bestanden was höre ich